ja moin leute herzlich willkommen zurück weiter geht's mit amnesia und ja ja jetzt ist Tobi am Steuer. go rein rein in die Olga jetzt hier. klatscht die alle weg. machen wir. so ja ich bin hier zurückgelassen mit dem rätsel in dieser öffentlichen dusche da kommen wir nicht weiter. das wasser. die rührt sich nicht. und komm mal da hoch. geiler da. reib dich an der leite. ich hab grad so ein bisschen böse blick von der seite abgeklickt. bloß gefühl wir brauchen die dinger da. das bewegt sich nicht. schneller jetzt. bevor wir jetzt in den steuerraum gehen will ich mal hinten reingucken. wir gehen erstmal in den steuerraum. hätte ich gesagt. das hat der eigentlich aufgeschrieben. wir gehen das immer auf. j ne. ja. das wasser. wieso wollen wir in die kalisation. das ist bestimmt wieder das unsichtbare vieh. oh ja mit dem wasser. oh das ist so mies. ah da bist du bestimmt wieder dran. hat's nicht schlimm. warum geht nicht. wir haben drei türen. mit dem toten kopf die eine. das wird das wird uns locker noch zum verhängnis. wir müssen schnell rennen. da müssen wir so eine tür aufmachen. ach meine nase juckt gerade richtig heftig. so. um. oh gott. sind wir uns wieder hier rätseln oder was. anscheinend. dann gehen wir mal da rein. noch so ein teil. so ein rohr. ach das bewegt sich. nein. oh eben hat's geklackt. da eben hat's geklackt. eben wieder. ich glaube es ist ganz oben. gleich mal das mit dem anderen braun ab. oh la. weil die hier kannst du ja gar nicht bewegen. aber spiegelverkehrt. ja. oder? oh ne alter. ich. ich. ich konnte was nicht. warte. das. das. das linkes. linkete. das. 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 das muss. halt hier weiter unten. ne. scheiße. ist hier. da drüben ist links. ist es hier rechts. keine ahnung. mach mal. mach mal einfach das links. das. 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 was ganz links ist. einfach so wie das da ist. genau. das ist richtig schlecht wenn ich da unten bin. jemals geklackt. hast gehört? ja. da hat's auch geklackt. das. 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 auf der anderen Seite heben, die sind gestellt und wir müssen die genau so stellen. Warte ab. Was kriege ich, wenn das so ist? Ein Arschtritt. Wie wäre es damit? Oh Gott, die sind einfach wirklich gestellt. Oh ne. Oder? Doch, die sind... Mitte, oben, oben... Das ist unten oder Mitte? Ja, Mitte, ne? Ich glaube, das ist unten. Nur ein Titelchen. Oh. Oh, Öl, Öl. Ich will euch nur gucken, ob da was anderes ist. Ha, ich stelle nicht mal so, wie ich mir denke. Ich frag mich halt... Für was? Vielleicht für die rechte Brücke? Das sieht mal richtig aus. Und hört sich aber richtig an. Ah, lol, ja. Da ist ja die Brücke. Daniel? Ist das du? Was machst du? Nichts. Okay, jetzt. Hallöchen. Hä? Na, ne, schlacht. Keine Hebel. Mach mal alles bei den Kerzen an. Das hin. Warum Kerzen? Mach einfach. Was sieht man da alles? Ja, ich glaub... Also ich hab jetzt... Ne, wir bis wieder... Wieder rechts und links. Ja, wir brauchen jetzt so... Wir haben ja schon... Also ein paar Mal schon gefunden hier, ne? Da ist schon wieder eins. Dann haben wir noch eins. Was besser ist, wenn wir am Anfang auch zwei, ne? Lassen können. Ja. So, irgendwie immer... Das gleiche, wie auf der anderen Seite. Mach das gleiche, wie auf der anderen Seite. Die ganze Zeit. Der hätte sich ein bisschen... Knacken machen können. Heiß eins. Das hab ich ja vorhin schon rausgeschmissen. Und... Da ist eins. Scheiße. Ja da. Schmeiß nicht die... Nice. So, aber vorsichtig. Heiß. Ein da. So. Brauchen wir das so ein Mittelstück? Das da? Ich fang mal an jetzt. Wir brauchen das hier. Da. Ich glaub das mal auf die Seite. Ich glaub das mal, glaub ich, da hin. Ich glaub eins fehlt halt noch. Ich glaub's fehlt keins mehr. Hallol. Ich dachte jetzt halt echt, wir müssen wieder gucken. Ja da ist es so gemacht. Und dann müssen sie auch die anderen so machen. Jetzt kommt da einer. Jetzt kommt da gleich einer. Geht doch gar nicht, hörst du. Ja. Ob die da durch können durch die Türen hier. Ich bin so ein bisschen grad. Ich hab jetzt gedacht, da kommt einer rein, wir müssen da hin, schnell aufkurbeln durch die Tür. Ne? Deswegen hab ich die Kisten darunter gestellt. Und gehen dann einsperren oder was? Ja, genau. Einsperren. So ein bisschen austricksen. Jump'n'Run. Ja. Ja. Ein bisschen abduschen. Ja. Gut, wa? Lass die Brücke runter. Haben wir jetzt... Abgepumpt. Vielleicht circa. Oder nur die Brücke repariert. Ich glaub, das war jetzt so für die Brücke. Ja. Ja, so was auch drin. Was? Wir verarschen? Die Stimme ist voll abgezettet. Ungehoben werden. Ja, gut. Anheben. Achso. Wir gehen es. Der noch. 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 Ja, dann geh. Ah. Warum nimmst du irgendwas und der ist ja einfach ab. Kaputtmachen hat immer geholfen. Ja, übrigens hab ich nicht auf die Uhr geguckt, ne? Oh ich hab, also bei dir hab ich voll drauf geguckt. Auf geguckt oder was? Ach, ne, Mann, Wasser. Ja, gut, ne? Da ist wieder Wasser, ich hab... Nein! Du schaffst das Wasser aus dem Spring? Ja, es ermöglicht mich zu kontrollieren die Wasser in den Drain-Sewern zu einem bestimmten Fall. Außerdem kann es auch für alle Art und Weise benutzt werden. Wie für den Drink? Ja, das auch. Aber es ist wichtig, um verschiedene Maschinen zu fahren. Ah, wie die Wasserhäuser. Genau. Ich geh da jetzt rein. Fisch! Was? Was ist? Fingen hab ich da. Oh lol. Vor allem Fisch! Scheint nix zu sein so. Oh man, ein Glück. Ich werd nicht rein, es ist irgendwo hin und dann kommt's. Oh lol, da ist was. Wenn irgendwo kein Aufgang mehr ist, dann kommt das Vieh. Aber ich glaub, wenn da ein Fisch drin ist, dann ist es hier kein Vieh. Ne, da bin mal jemand. Ja. Parcours! 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 Da ist nix drin! Hab keine Angst, aber... Das war nix. Da ist nur ein Stein runtergefallen. Oh. Das würde da weiter stoppen. 1839. Da gibt es keine Angst. 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 Das kann ich nur sagen. Das kann ich nur sagen. Das magische. Ich bin nicht überrascht. Selbst wenn ich durch die Europäische. Ich bin nicht überrascht. Ich habe das Neue und das Neue. Ich habe das Neue. Ich habe das Neue. Ich habe alles in meinem Macht, um zu bleiben, um zu bleiben. Und nicht zu viel zu bleiben, um meine eigenen Gefühle zu bleiben. Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. He was obviously excited to get going and we headed downstairs to the old dungeon where he preferred to attempt his rituals. It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by da Vinci, I'm sure. He showed me several runes fitted for specific research, such as anatomy studies, alchemy and botany. The crown of Brennenberg must be the inner sanctum, a most hallowed ground, where we shall attempt to permanently banish the orb's shadow. I think I'm not. You're going to die now. Oh god. I'm going to die. There's nothing happening. Just shoot me. I'm going to loot. There is someone in there, which we are going to fill. füllen? Keine Ahnung. Scheiße. Oh ne. Und rein. Da ist halt echt nix. Warum ist hier nix? Sag ich doch. Warum dreht mir was dagegen schmeißen. 100. Schmeiß. Das war's. Da ist ein Stein. Oh. Rein in die Obliga. Geht bestimmt kaputt. Da ist der Stein. Easy. Da ist noch mehr. Noch ein Rad zum drehen. Oh fuck. Chop and run. Und jetzt. Alter. Ich konnte niemals sicher sein, bis heute, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Using meine Obliga, Alexander hat seine Macht geschafft, zu uns. Der Sanctum innen flärte mit blühen, blühen, blühen und ich konnte das gleiche, was ich in der Dark Chamber in Algerien fühlte. Es war wie, stand in einem verrückten Wurrl-Pool von Impressions. Es war schrecklich. Aber Alexander hat sich in der Lage, sich in der Lage, sich in der Lage, sich in der Lage, sich in der Lage zu verabschieden. Aber es war schrecklich, die Blühen war schrecklich, mit einem Schmerz. Und die Wurrl-Pool war schrecklich, mit einem Schmerz zu verabschieden. Die Schmerz zu verabschieden sind, mit der Schmerz zu verabschieden. Alexander hat schnell die Obliga in ein Blut geschehen. Und die Unspeakable Sache verabschieden. Wahrscheinlich, die Obliga ist näher, als Alexander dachte. Er hat gesagt, ich sollte morgen ein Wartungsritual vorbereiten. Ich bin nicht sicher, was er erwartet, aber ich habe eine falsche Gefühle darüber. Ich habe eine Frage, die kann nicht alleine beantworten. Aber hier ist trotz, dass keiner das Licht an ist, richtig hell. Ich will auch noch da hinten eigentlich, ne? Musst du, glaube ich. Hä? War das nur ein Joke? Ich glaube, die verarschen uns hier. Komplett. Oh nein. Jetzt kommt das Dampf. Etwas. Etwas erhitzter Dampf. Und fertig. Wir wollen uns doch verarschen. Hier ist locker was drin. Ja, aber warum handelt es dich, ne? Jetzt hat er Angst vor mir. Die Nacht des Augustes 1839. Es ist noch früh, und Alexander ist beschäftigt für den Ritual später heute. Wir sehen, dass er so gut ist. Ich frage mich, warum? Ich frage mich, warum? Ich frage mich, warum? Ich frage mich, dass er das alles interessiert ist. Ich frage mich, dass er nicht so gut ist. Ich frage mich. 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 Go! C Ching! O yön wirRun. Außerdem haben uns hier paus. Da war wirklich eine Stimme drin, oh mein Gott, ich glaube wir haben den geträgt. Das darfst du jetzt auf deinem Gewissen tragen. Der Daniel hat schon so viele Leute umgebracht. Peanuts. So, dann sind wir, wir sind jetzt hier schon wieder fertig ey. Heute läuft es einfach. Ich muss dir ein bisschen Story voranbringen, ne? Oh nein. Du hast gesagt, ah, hast du gegenschmeißen? Jo. Wieder ein Stein. Ich habe hier keinen Stein. Ich wollte erst runterspringen, aber ich glaube nicht, dass ich es überleben. Ich glaube, du brichst dir legit die Knochen. So. Und. Rein. Ne. Ich glaube, du musst es von da oben dagegen werfen. Hopp. Boah, der war einfach. Michael Jordan. Ehhh. Ehhh. Neun Versuch. Ich glaube, ich muss halt die Kette treffen, ne? Bei dem anderen habe ich auch auf... Oh Gott, die Kette werfen müssen. Oder einen schweren Stein. Nehmen wir den mit. Nehmen wir den mit. Nehmen wir den mit. Ich muss auch von unten die, äh, das Ding anzuheben. Höfe jetzt einfach in den schweren Stein. Oder wenn der nicht weit genug werfen kann. Ein leichter. Ok. Weit denn zu, dass du den Schwern gebraucht! Oh, da ist er, der andere, der Kleine. Jetzt haben wir hier ein bisschen aufräumt, wie man stolpert. Leichenhalle. Nein, wir haben das Wasser umgeleitet, warum soll ich da rein? Wir haben doch jetzt, warte mal, komm jetzt mal. Das Wasser ist weg. Ich geh da unten jetzt. Warum soll ich in die verschissene Leichenhalle? Es läuft gerade so gut. Was sollten wir denn da rein jetzt? Das hier wird ein bisschen... Wä? Nein, als ob. Ah, track up. Komplett. Jetzt ist da kein Wasser mehr, jetzt sind da... Gase. Gase. Super. Ich hab's gedacht. Warum sollte man... Warum sollte man da jetzt nicht einfach reingehen können, ne? Warum sollte ich jetzt noch hier in die Leichenhalle gehen? Natürlich ist da jetzt noch ein Hindernis. Was? Alles drauf? Oh, nee, alles ist wieder locker drin. Oder, hundert. Hundert. Oh, das sieht unheimlich aus. Was ist das? Vierst du? Ich habe dich, etwas... Was? Der Schm Zimmer. Es hat... Gleitert. Lass uns das raus hier raus, damit wir auch ein bisschen abhängen. Ja,бо. Woher zu? Just down the corridor to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. Ich höre Ketten. Und hier ist ein Toder. Und ich habe eine Säge. Holy shit. Do you hear me? Have you changed your mind? Ja. Zensiert haben sie aber nichts. Aber was ist hier los? Ach du Scheiße. Oh, come on. Scheiße, Mann. Oh. Was haben wir auch schon lange noch mal gehabt da? Weil wir sehen, die ganzen Briefe hier. Impfstoff. Okay. Gegen das Gas, oder was? Oh, lol. Maybe. Warum liegen jetzt so viele Leichen? Müssen wir das Impfstoff aus den Leichen rausnehmen, oder was? Oh, lol. Ich will nicht. Mysteriötes Todefälle. Krankheit. Du, du, du. Er muss sofort einen Impfstoff entwickeln. Okay. Ich glaube, wir müssen hier noch etwas machen. Aber, wir gehen jetzt mal hier im Säck. Mäuschen. So. Ich bin halt irgendwie auch tote Ratten. Oh, Mann. Was ist hier los? Das ist krank, Alter. Was ist hier los? Was ist hier los? Warum sind alle die tot? Wir sind hier los? Was ist hier los? Hilfe! Wer ist hier los? Hilfe! Hilfe! Holy shit, ey. Guck mal an das Rohr. Ich bin so schwer. Ich bin in meinem Säckchen. Aber ich warte von diesem Nachtmärchen. Und nicht. Ich bin froh, dass mein Heiliger Vater mich in meinem Säckchen zieht. Ich bin auf jeden Fall. Alter, das ist einfach nur... ...nach so vielen Ebenen einfach krank, ne? Die ganzen Krampfschniken, die Leute versucht haben rauszukommen. Die Hände blutig gekratzt haben. Das Ding, wo sie abgerissen haben und dann... ...dran Steine. Krank einfach. Was haben wir jetzt ein scheiß Rohr gefunden? Chirurgisches Werkzeug Fürs Impfen The little bitch Das Kind oder was? Oh guck mal Da wurde dann jemand Irgendwann abgestochen Langgeschliffen Geschleift Geschliffen Ja, was soll ich denn hier rum Immer die Tür zu machen, das ist das Richtige Ich kann es doch irgendwie drehen Okay, das ne Mit Messer, Alter Da Immer in der Totenstaun Kann ich älter als einen Tag Hä? Guck mal was? Guck mal Kupferrohr Trink nicht den Schädel ein Achso, du musst Ja Bohren Ich bohren Ich weiß, aber ich will den Hammer benutzen Du musst bohren Ich will den Hammer benutzen Alter, im Fall Ich will den Hammer Und jetzt? Klaus, 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 Klaus Ne Hä? Was ist das? Äh... Vielleicht die Spitze? Was ist das? The fuck? Ah, uns impfen jetzt Mal reinstecken Können wir da Aids? Bestimmt Ich glaub das schneiden wir lieber raus Hä? Hä? Ups Hä? Oh Gott Nein Nein Das ist überall Ach ne Mann Nein, 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 nein Das hat doch so gut angefangen Nein Vor allem, woher kam das? Oh, das hört sich nach was anderem an Der haut die Tür ein Ok, nee Gute Idee Hast du gesehen? Hey, aber, mein Typ trägt grad voll durch Scheiße, ich glaube ich muss rennen, man. Ich renne da jetzt durch. Oh, da geht es gerade. Oh, da ist ein bisschen komplett durch gerade. Der trägt gerade komplett hohl. Oh, Alter. Vielleicht wird aber weg zu sein. Holy. Oh, es geht nicht. Scheiße, dreht der komplett am Rad, ey. Heftig. Oh, das ist immer noch so. Wir waren da. Wir waren da. Wir waren da. Wir waren da. Ja, da waren wir. Wir waren überall, ja. Oh Gott, das war das eine Folge. Ich bin gut angefangen und dann kommt es. Ja, so gut angefangen und dann kommt es scheiß wieder rein. Ich bin jetzt zur Verseuchung. Ja, ich glaube die Zeit haben wir erreicht. Ich kann aber reden. Ich bin durch. Ich bin aber durch. Es war, es war halt so schlimm jetzt. Aber es endet mich jetzt. Es kommt mich komplett auseinander genommen. Keiner kann es folgen. Ja. Hallo Hopp. Ich würde sagen wir beenden den Stream jetzt. Den Stream. Die Aufnahme. Ich kann immer reden. Ich bin jetzt durch. Du machst die nächste Folge auch weiter. Und ja, wir danken fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Bis gleich. Servus.